Als nächstes habe ich wieder einen Gast aus Österreich hier vor mir sitzen oder bei mir sitzen an der Bar des Hafenclubs in Hamburg. Das ist der Herr Stiegelma aus Gols in Österreich, Neusiedlersee. Richtig gesagt? Wunderbar. Und wir haben einen Wein im Glas. Tja, das ist ein Zweigeld. Wir wissen natürlich viele, dass ich nicht unbedingt ein großer Freund der Sorte Zweigeld bin. Das ist eine österreichisch typische Neuzüchtung. Wie alt ist die? Seit wann gibt es sie? Die gibt es ungefähr seit 60 Jahren. Von Dr. Zweigeld aus der Weinbachschule Kloster Neuburg, aus den Sorten St. Laurent und Blaufränkisch gezüchtet. Und jetzt, seien wir mal ganz ehrlich, die genießt keinen so überragenden Weltruf, weil sie auch zwischendurch, glaube ich, als Massenträger missbraucht wurde. Kann man so sagen? Kann man so sagen. Es ist wie der Cabernet ein Massenträger. Aber wenn man ihn stark reduziert und ältere Weingärten hat, kann man auch gute Sachen draus machen. Das ist aber, um ganz ehrlich zu sein, lange Jahre oder Jahrzehnte in Österreich nicht der Fall gewesen. Das war nicht der Fall. Man hat wirklich gesagt, das quetschen wir aus bis zum Gehen mehr und dann verramschen wir das. Und dann hat man eigentlich ja diesen Ruf, diese Qualität des Zweigelds irgendwo ein bisschen geguckt. Zweigeld war eigentlich immer nur der Massenwein. In Österreich war hauptsächlich Blaufränkisch, wenn man so sagen darf. Der Topwein- und Zweigeld-Eier der Massenweger. Aber dann gab es halt irgendwann im Laufe der Zeit ein paar Winzer, die haben gesagt, das geht vielleicht auch anders. Das geht anders und war auch ein bisschen Konkurrenz zum Mittelburgenland. Wir haben gesagt, wir im Nordburgenland wollen eben die Sorte Zweigeld forcieren. Und wir müssen schauen, dass man auch gute Zweigeld machen kann. Also das war, reden wir jetzt um die Gegend, Golz, Neusüttlersee. Golz, ja. Eigentlich der Seewinkel. Der Seewinkel. Okay. Aber es gibt auch Beispiele, was das Steier mag für sehr gute Zweigeld. Ja, eben. Weil die Zweigeld eine früher reifende Traubensorte ist, wie der Blaufränkisch. Und dadurch in der Steilmarkt auch kälteres Klima ist, gedeihter und kann man in der Steilmarkt wesentlich schönere Zweigeld machen wie Blaufränkisch. Und ich habe jetzt gerade gestern gelesen, also in Deutschland ist die Rebfläche für Zweigeld mittlerweile bei 100 Hektar angelangt. Also auch da gibt es plötzlich die ersten Winzer, die begreifen, ach das ist vielleicht eine interessante Sorte. Ja, das ist, ich glaube, im Badischen und Kaiserstuhl wird sehr viel Zweigeld angebracht. Ja, Pfalz, Rheinhessen. Und jetzt waren Franzosen bei mir und die waren begeistert von der schönen Farbe des Zweiges. Probieren wir ihn einfach mal, den Ungerberg, den du mitgebracht hast. Jawohl. Das ist, jetzt sagen wir mal, das ist saftig, das ist rund, das ist weich, das ist angenehm, das mag man gerne trinken. Das hat nicht die Tiefe eines Korngröß, aber es ist, es hat Substanz. Das ist eine Substanz, genau und das ist, das Zweigeld ist immer der weichere. Er wird nie die Graf für Blaufränkisch bekommen, da muss man schon Cuvées mit Zweigeld machen. Was ist die Qualität, die spezifische Qualität vom Ungerberg in Kolz? Ungerberg ist die Anglange zum Neusiedlersee und der Ungerberg ist von den ganzen Erhöhungen rund um den Neusiedlersee am nähersten beim See. Er kriegt also auch noch Wärme vom See. Er kriegt Wärme vom See. Und eben, mein Zweigeld am Ungerberg, der ist jetzt, 2001 war der Weingarten 42 Jahre alt. Wir haben es also mit echten alten Regen zu tun. Das macht natürlich, das macht die Substanz, glaube ich, aus. Ohne alte Regen wird es bei Zweigeld nie Substanz geben. Also da braucht man aus Winzer schon, normalerweise ist es ja so, dass der Weintrinker, der braucht immer die Geduld, weil die Weine müssen im Keller lagern, bis sie reif sind. Aber beim Zweigeld braucht der Winzer die Geduld, bis die Weinberge alt genug sind. Okay, also Frage, was kostet sowas ungefähr für Endverbraucher in Deutschland? Für Endverbraucher 35 Euro. Also ist schon fast ein Euro pro Jahr des Altwerts der Reben? Auch, ja. Und wir ernten da maximal fünf Trauben am Stock. Das ist Hektar oder Hektar, wie viel ungefähr? Das ist wieder das Problem, weil zu dieser Zeit, wie dieser Weingarten ausgesetzt, nach der Methode Lenz-Mosa, sehr breite Reihen. Okay, gut. Haben wir sehr, wir haben ungefähr hier einen Stockertrag von einem Kilo 30. Das ist sehr, sehr wenig. Das sind burgundische Maße und deswegen schmeckt dieser Wein auch so richtig schmackig, vollmundig, lecker und macht eigentlich riesen Spaß. Wobei wir jetzt dazu sagen müssen, was wir im Glas haben, ist nicht das, was man heute kaufen kann, sondern wir haben einen 2001er-Glas. Gibt es auch noch zu kaufen? Gibt es noch zu kaufen? Warum? Lagert ihr das so lange? Wann veröffentlicht ihr die Weine? Ja, wir veröffentlichen nach vier Jahren. Und habt dann noch genügend Reserven, dass ihr auch ältere Jahrgänge verkaufen könnt. Da kann ich jetzt nur wirklich sagen Chapeau. Das ist etwas, was ich immer vielen Winzern rate und was die meisten nicht beherzigen, einen Stock bilden und auch ältere Jahrgänge verkaufen zu können. Denn, ich sage mal, vielleicht würde dieser Wein, wenn man ihn jetzt ganz jung trinken würde, würde man sagen, naja, das ist ganz nett, das ist ganz schön. Aber jetzt als acht oder neun Jahre alter Wein macht er, fängt er an richtig Spaß zu haben und machen und man zeigt eigentlich seine echte Qualität. Und dadurch, dass Österreich erst seit 1997 richtig gute Rotweine macht, kann man das so sagen, seit 1997? Ja, in der größeren Menge. Okay, gut, ja. Einverstanden. Weil vorher gab es schon Top Winzer auch nicht. Ja. Sehr gute Rotweine machen. Aber da hat sich das Rotwein-Niveau erhöht. Also das österreichische Rotwein-Wunder, das startet mit 1997, ja. Und dadurch waren die Erfahrungen bei uns auch nicht so, haben wir überall ein Depot angelegt, um das öfters verkosten zu können. Eine kluge Entscheidung, der wir verdanken, dass wir heute den 2001er Zweig vom Ungerberg probieren können. Hans Schiedelmar, danke fürs Kommen. Bitte.